Wird es eine Hexenjagd? Ich kann dieses Wort nicht leiden. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, morgen ist es soweit. Morgen ist Halloween. Und ich möchte diese Gelegenheit noch einmal nutzen, um auf meinen Halloween-Kurzfilm hinzuweisen, der morgen an Halloween, logisch, um 18 Uhr hier auf diesem YouTube-Kanal zu sehen ist. Es ist 22 Minuten Laufzeit. Es wird eine lustige Komödie, eine Horror-Komödie mit dem Thema Halloween. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Falls nicht, kein Problem, ihr könnt den Film später immer noch schauen. Der verschwindet ja nicht. Ja, die düstere Jahreszeit. Draußen ist auch nicht gerade das beste Wetter. Es regnet mal wieder. Und was gibt es da Schöneres, als sich auf dem Sofa gemütlich zu machen? Gerade zum Thema Halloween gibt es eine ganze Menge guter Filme, die ich euch empfehlen könnte. Zum Beispiel die Halloween-Filmreihe. Dann die Scream-Filme passen auch immer sehr gut zum Thema Nightmare on Elm Street. Ach, ich könnte eh nicht so weitermachen. Aber in diesem Video soll es nicht um Filme gehen, sondern um Serien. Serien, die sich zwar jetzt nicht speziell mit dem Thema Halloween befassen, aber doch sehr gut zu Halloween passen und sich sehr gut für einen Serien-Marathon eignen. Ja, ihr wisst ja, wie das mittlerweile ist mit dem Upload-Filter auf YouTube. Ich gehöre leider nicht zu den großen YouTubern, die sich Sonderrechte da sichern können. Bei mir würde es direkt Ärger geben, wenn ich euch Videomaterial zeige. Deswegen habe ich euch ein paar Links unter dieses Video verpasst. Da könnt ihr euch Trailer ansehen. Ja, ich weiß mir schon zu helfen. Ja, es gibt wirklich eine ganze Menge guter Serien und die Halli auch zu zählen wäre natürlich eigentlich unmöglich. Und mein Geschmack muss ja nicht unbedingt eurer sein. Das ist ja auch kein Ranking-Video. Also jetzt nicht nur, weil ich jetzt eine Serie als erste vorstelle, heißt es, dass es die beste ist. Nein, ich habe mir einfach drei Serien rausgepickt, die ich persönlich sehr gerne schaue. So um die Halloween-Zeit. Und vielleicht ist es ja auch was für euch. Die erste Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist Chilling Adventures of Sabrina. Vielleicht sagt euch der Name Sabrina irgendwas. Und vielleicht habt ihr ja, so wie ich, in den 90ern eine sehr lustige Teenie-Sitcom gesehen. Mit dem Titel Sabrina the Teenage Witch. Oder wie die Serie hier bei uns in Deutschland hieß, Sabrina total verhext. Da ging es darum, dass die 60-jährige Sabrina an ihrem, ja, an ihrem 16. Geburtstag von ihren Tanten Zelda und Hilda, bei denen sie lebt, erfährt, dass sie eine Hexe ist. Und ja, sie erlebt dann sehr lustige Abenteuer in jeder Episode. Sabrina ist, ja, dickköpfig und tollpatschig, macht mit ihrer Hexerei viele Fehler. Aber das Ganze immer auf sehr lustigem Niveau. Und wie das bei amerikanischen Sitcoms so ist, da wird ja immer dieses Publikumslachen eingeblendet. Das hört ihr da auch sehr oft. Ja, auch Zelda und Hilda sind sehr, sehr lustig und sehr unterhaltsam. Und dann ist natürlich der sprechende Carter Salem und so. Also, falls ihr diese Serie früher gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und jetzt stellt euch diese lustige Serie mal als eine sehr düstere, gruselige, blutige, gewalttätige Serie für Erwachsene vor. Dann habt ihr die Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina. Die Hauptcharaktere sind weitestgehend die gleichen. Wir haben natürlich Sabrina Spellman als Hauptfigur. Der Unterschied ist nur, hier in dieser Netflix-Serie weiß sie schon von Anfang an, dass sie eine Hexe ist. Sie erfährt es jetzt nicht erst an ihrem Geburtstag. Sondern hier ist es so, dass sie sich an ihrem 16. Geburtstag entscheiden muss, ob sie eine vollwertige Hexe werden will. Das muss sie im Buch der Bestie unterschreiben und sich Lucifer endgültig unterstellen. Ja, oder sie bleibt halt in ihrer menschlichen Welt, wird dann allerdings nach und nach ihre Kräfte verlieren. Und ja, wie Sabrina sich entscheidet, werde ich euch nicht erzählen, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Ja, auch Tante Zelda und Tante Hilda sind dabei, wie in der lustigen Teenie-Sitcom. Nur auch sie sind hier natürlich düsterer, weil es ist eine sehr düstere Serie. Sie ist auch absolut nicht für Kinder geeignet. Die Serie ist ab 16 freigegeben. Ich würde manche Folgen sogar schon ab 18 freigeben, weil es durchaus einen Splatter- und Gore-Faktor gibt. Bereits in der ersten Folge sieht man, wie mit einer Schere eine Kehle durchgeschnitten wird, um nur ein Beispiel zu nennen. Und auch Sabrina ist gar nicht zimperlich in dieser Netflix-Serie. Es fängt damit an, dass sie eine Fledermaus mit dem Buch erschlägt. Und auch ihre Hexenkräfte einsetzt, um Mitschüler zu bestrafen. Und da ist sie auch nicht gerade zimperlich. Also es ist definitiv für Erwachsene gemacht. Carter Salem ist auch dabei. Nur im Gegensatz zu der Teenie-Serie kann er hier nicht sprechen. Also in der Sitcom war er quasi immer der, der für die Gags zuständig war. Jedes Mal, weil Salem irgendwelche verrückten Dinge gemacht hat, dann hat man eigentlich immer nur gelacht. Und ja, Salem spricht hier nur ein einziges Mal, als er sich Sabrina vorstellt. Und danach miaut er nur noch. Aber Sabrina kann sich trotzdem mit ihm verständigen. Sie kann, sie versteht, was er sagt. Wir Zuschauer verstehen das nicht. Wir hören nur das Miau. Und das finde ich doch sehr interessant. Ja, auch Sabrinas Lover aus der Teen-Sitcom, Harvey, der ist ja auch dabei. Aber auch hier gibt es einen Unterschied. In der Teenie-Serie war Harvey ja eher so ein Trottel. Und ja, und hier ist er im Gegensatz dazu, er ist sehr intelligent, er ist auch künstlerisch sehr begabt. Und er ist auch sehr depressiv und auch ein sehr trauriger Charakter eigentlich. Also man merkt schon sehr, sehr heftige Unterschiede hier zwischen der Teenie-Serie und der Netflix-Serie. Wir sehen in der Netflix-Serie auch sehr viele bekannte Dämonen. Ähm, wir sehen, wir sehen Baal, die unheiligen drei Könige. Wir sehen Lucifer. Lucifer taucht allerdings erst etwas später auf. Am Anfang sehen wir nur die Bestie. Lucifer selbst sehen wir erst später in der Serie. Wen wir aber sehr häufig sehen, ist Lilith. Ja, die Mutter aller Dämonen. Lilith hat sogar eine, ja ich würde sogar sagen, eine Hauptfigur in dieser Serie. Sie ist, sie ist quasi die ganze Zeit immer präsent. Und das finde ich gut. Lilith ist wirklich klasse gespielt. Aber, Freunde, vergesst die Dämonen, der wahre Bad Guy, der wahre Bad Ass dieser Serie. Das ist ein Hexer und zwar Pater Faustus Blackwood, der Hohenpriester der Kirche der Nacht. Er ist absolut machtgierig und durch und durch böse. Und vom ersten Moment an, schon wo er das erste Mal auftritt, da merkt man schon, der ist richtig, der ist böse. Der will an die Spitze der Kirche der Nacht. Und dabei geht der buchstäblich über Leichen, selbst wenn es die eigenen Leute sind. Also, ihn werdet ihr sehr schnell hassen. Mehr möchte ich zur Geschichte eigentlich nicht spoilern. Ich kann nur so viel sagen, ich war sehr traurig, als nach der vierten Staffel Schluss war. Als die Serie beendet war. Ja, Chilling Adventures of Sabrina, das komplette Gegenteil zu Sabrina the Teenage Witch. Ich ziehe immer gerne Vergleiche zwischen der Teenie-Sitcom und jetzt der düstere Netflix-Serie. Also, wenn ihr euch mal richtig gruseln wollt, wenn ihr ein bisschen Blut und Gore-Faktor sehen wollt. Wenn ihr einen guten Magen habt. Und wenn ihr einfach mal eine andere Sabrina sehen wollt, dann ist diese Serie genau das Richtige für euch. Den Trailer zu der Serie habe ich euch unter diesem Video verlinkt. Und, was ich euch auch verlinkt habe, ist ein offizielles Musikvideo zu der Serie. Gibt es nämlich auch. Und, falls euch der Trailer noch nicht überzeugt hat, das Musikvideo überzeugt euch. Garantiert. Danach wollt ihr Chilling Adventures of Sabrina schauen. Ja, so, die zweite Serie, die ich euch ans Herz legen möchte, ist House of Usher. Beziehungsweise der Fall des Hauses Usher. Wenn ihr jetzt sagt, House of Usher, das kommt mir bekannt vor. Richtig. Es war, die Geschichte gibt es schon seit dem Jahr, ich glaube, 1839 oder 1849. Das war ursprünglich eine Kurzgeschichte, geschrieben von Edgar Allan Poe. Und Netflix hat diese Geschichte jetzt, ja, als Serie verfilmt. Aber wir befinden uns nicht im Jahr 1839. Wir befinden uns tatsächlich hier im Jahr 2023. Also Netflix hat also versucht, diese Geschichte in die heutige Zeit zu verfrachten. Und ich muss sagen, ist da oben wieder los, ey. Tanzen die da oder? Keine Ahnung. Und das ist wirklich gut gelungen, wie ich finde. Also, die haben es echt geschafft, diese Geschichte in die heutige Zeit zu übertragen. Und ich war echt begeistert. Es ist wirklich eine Miniserie. Ich glaube, es sind nur sieben oder acht Folgen. Und ja, es ist wirklich gut geworden. Worum geht es, ohne großartig spoilern zu wollen? Es gibt eine Rahmenhandlung, in der das Familienoberhaupt, Roderick Usher, sich mit einem verfeinerten Anwalt trifft zu einem Gespräch. Also in der Originalgeschichte von Poe war es ein alter Freund, der keinen Namen hat. Hier in der Netflix-Serie ist es ein Anwalt, der eigentlich gegen die Familie Usher ermittelt. Die beiden treffen sich in dem heruntergekommenen Elternhaus von Roderick Usher. Und Usher möchte eigentlich ein Geständnis ablegen, erzählt aber eine sich über die gesamte Serie hinziehende Geschichte. Und man könnte jetzt sagen, ja, ist das überhaupt eine Horror-Serie? Ist es. Ist es. Weil es gibt sehr gruselige Momente in dieser Serie. Es gibt paranormale Erscheinungen. Es gibt Jumpscares. Es gibt Blut- und Gore-Fakte. Und es gibt wirklich Momente, wo du dich wirklich erschreckst. Die haben die Jumpscares wirklich so platziert, dass du nicht damit rechnest. Weil viele Jumpscares haben ja das Problem, du weißt ja schon vorher ungefähr, wann die kommen. Und dann wirken sie nicht mehr. Aber hier bei der Serie ist es wirklich so, die haben es hingekriegt, dass du dich wirklich erschreckst. Manchmal kommt ein Jumpscares mitten im Satz. Zwei Leute unterhalten sich und mitten im Satz. Das haben sie wirklich klasse gemacht. Aber das Interessante ist halt, der Horror, der vorhanden ist und der gut ist, der steht bei dieser Serie nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist es quasi eine Familientragödie. Die Familie Usher könnte man mit einer Gangster- oder Mafia-Familie vergleichen. Das sieht man auch, wenn die einzelnen Familienmitglieder mal aufeinandertreffen. Und die sind sich alle untereinander spinnefeind. Die würden sich am liebsten alle gegenseitig tot sehen. Und interessanterweise passiert genau das. Wir sehen quasi in jeder Folge den Tod eines Familienmitglieds. Und das ist alles andere als zimperlich. Also da geht es von einfachen Todesarten bis hin zu extremen Todesarten. Ihr merkt schon, ich möchte nicht ins Detail gehen, weil ich nicht spoilern will. Aber ich sage euch, das ist nichts für schwache Nerven. Also wir haben quasi eine Familientragödie, eine Art Mafia-Familie. Und das vermischt mit Horror, mit Grusel, mit Jumpscare, mit viel Blut und viel Gore. Das alles ist der Fall des Hauses Usher. Kurz Haus auf Usher. Auch hierfür habe ich euch einen Trailer, den Trailer verlinkt, unter dem Video. Denn wie ich schon sagte, ich darf ja hier nichts zeigen und dass ich einen Klatsche bekomme. So, die dritte Serie, die ich euch ans Herz legen möchte, die ist uralt. Und die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich auch schon in- und auswendig. Geschichten aus der Gruft. Ja, die Serie startete bereits in den 80er Jahren in den USA. Hier in Deutschland kam sie erst 1995 ins Fernsehen. Das haben wir seit einst zu verdanken. Und die Serie eignet sich wirklich blendend für einen Serienmarathon. Wo sollte es noch irgendjemand da draußen geben, der von Geschichten aus der Gruft noch nie irgendwas gehört hat? Es sind in sich abgeschlossene Kurzgeschichten. Und jede Kurzgeschichte hat eine Rahmenhandlung mit dem Cryptkeeper. Das ist ein Untoter, der wunderschön entstellt aussieht, einen makaberen Humor hat und der am Anfang und am Ende jeder Episode auftaucht und uns ja quasi die Geschichte, die wir sehen, aus einem seiner Bücher vorliest. Sehr interessant gemacht. Auch ganz wunderbare, ikonisches Intrum mit Musik. Die meisten von euch werden die Serie kennen. Bei Geschichten aus der Gruft ist es auch so, dass ihr viele Folgen mittlerweile auf YouTube sehen könnt, auch auf Deutsch. Nur als kleiner Tipp. Ich meine aber, dass man, wenn ihr, ich glaube, es ist Prime oder Netflix, auf allen der beiden Streamdienste, ja, ihr seht schon, ich bin super vorbereitet für dieses Video. Da konnte man sich die Serie, glaube ich, anschauen. Aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch noch so ist. Da habt ihr natürlich bessere Bild- und Tonqualität, als ihr es auf YouTube habt. Ich habe zu Geschichten aus der Gruft leider keinen Trailer gefunden. Deswegen habe ich euch das Intro hier unter das Video gepackt, weil das ist einfach ikonisch. Das muss man gesehen haben. Ja. Also, wie gesagt, Geschichten aus der Gruft auf YouTube und ich meine auch auf einem der anderen Streaming-Dienste, aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. House of Usher, das ist, ich habe es ja schon gesagt, eine Netflix-Serie. Und Chilling Adventures of Sabrina ist ebenfalls eine Netflix-Serie. Und ich überlege gerade, ob House of Usher wirklich eine Netflix-Serie ist oder ob es eine Prime-Serie ist. Vielleicht erzähle ich euch hier Bullshit. Wartet mal kurz. Okay, Freunde, meine Ehre ist gerettet. House of Usher ist auch eine Netflix-Serie. Oh, ich dachte mir gerade, oh Gott, wenn ich euch jetzt hier Mist erzählt habe, muss ich alles nochmal neu aufnehmen. Aber nein, Chilling Adventures of Sabrina und House of Usher sind beides Netflix-Serien und Geschichten aus der Gruft werdet ihr auf YouTube, finde ich. Ja. Wie sieht es denn bei euch so aus mit Serienempfehlungen? Welche Serien oder Filme könnt ihr denn dem Onkel Retro empfehlen? Weil auch ich möchte natürlich einfach richtig coole Sachen sehen. Und wenn ihr Vorschläge habt, habt damit in die Kommentare. Und die drei Serien, die ich euch jetzt vorgestellt habe, kanntet ihr die? Habt ihr die schon gesehen? Findet ihr die gut? Findet ihr die weniger gut? Auch darüber können wir gerne diskutieren. Und ja, dann sage ich mal bis morgen, 18 Uhr, hier auf meinem YouTube-Kanal, zur Premiere meines Halloween-Kurzfilms mit dem Titel Der Zaubertrank des Bösen. Tschüss! Das darf sogar nicht sein. Also, schauen wir jetzt, was ich tun kann, um dich zu überzeugen. nic deste Ver�지 Jo Chin